Rund um die Musik. Ab morgen öffnet die Musikmesse auf dem Messegelände in Frankfurt wieder ihre Pforten. Bis zum 13. April präsentieren in diesem Jahr mehr als 2280 Aussteller aus insgesamt 54 Ländern ihre Produkte. Die Besucher finden dort neben Instrumenten, Noten und Zubehör auch ein musikalisches Rahmenprogramm. Ganz wichtig sind auch die Konzerte, die Events, die Autogrammstunden von Boschoss bis Luxuslärm und Finn Martin. Hören Sie und sehen Sie hier jede Menge Künstler an den beiden Tagen, wo das Publikum zugelassen ist, Freitag ab 14 Uhr und den ganzen Samstag. Gleichzeitig findet auch die ProLight & Sound in den Messehallen statt, bei der sich alles um Tontechnik und visuelle Effekte auf Live-Events dreht. Die Messe ist für Fachbesuche ab morgen, für alle anderen ab Freitag, dem 12. April ab 14 Uhr und Samstag den ganzen Tag geöffnet.